Hallo, Dirk Hornschuh hier. Heute haben wir ein Thema für Startups und Jungunternehmen mitgebracht. Und zwar geht es um gefährliche Zweifel. Was meine ich damit? Wir nehmen jetzt mal Folgendes an. Du hast also ein Produkt entwickelt, sehr, sehr lange entwickelt. Hast da auch mit viel Motivation an die Sache rangegangen. Hast sehr, sehr lange an der Entwicklung gearbeitet, habe ich schon gesagt. Bringst es dann in den Markt und stellst dann irgendwie fest, naja, also so ganz ist die Begeisterung im Markt jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wann stellt sich genau diese Situation ein? Die stellt sich wahrscheinlich nicht am Anfang ein, sondern dann, wenn du so die ersten Deals gemacht hast, nämlich die ersten Deals mit bekannten Unternehmen. Ja, also oft ist es so, dass man zunächst mal sein Produkt an Unternehmen verkauft oder mit Unternehmen ins Geschäft kommt, die man sowieso schon gut kennt, die einen vielleicht auch unterstützen und so weiter. Und da ist das Verkaufen ja eigentlich gar nicht so schwer, in Anführungsstrichen. Du weißt, was ich meine. Man kennt sich und die kennen dich und wollen dich vielleicht auch unterstützen. Und jetzt ist eben diese Quelle versiegt und jetzt geht es darum, neue Leads zu generieren und diese Leads zu Kunden zu konvertieren. Und dabei stellst du fest, ja, wie gesagt, dass der Markt da jetzt nicht so begeistert auf deine Innovation reagiert, wie dir das vielleicht vorgestellt hast. Und jetzt passiert ein ganz gefährlicher Fehler. Du beginnst, an deinem Produkt zu zweifeln. Ja, das hat man ganz oft, dass dann eben so, ah, vielleicht ist es doch nicht so geil und vielleicht müssen wir da nochmal ran, wie auch immer. Und der eigentliche Grund ist aber tatsächlich meistens nicht das Produkt. Der eigentliche Grund, der ist, dass dir noch vielleicht der Vertriebsprozess fehlt, um dieses Produkt auch wirklich gut in den Markt reinzubringen. Und vielleicht auch der ein oder andere verkäuferische Skill, der dir einfach noch fehlt, weil dir da ja durch die, ja, ich sag mal, mangelnde Arbeit eben im Vertrieb, du hast ja bisher wahrscheinlich noch nicht viel gemacht im Vertrieb, zumindest nicht für das Produkt, fehlt dir da ja auch die Erfahrung, ja, dass du dann eben auch irgendwas korrigieren kannst und eben genau weißt, wie du mit den Kunden sprechen musst. Und die andere Seite ist vielleicht auch, dass du im Marketing jetzt ein bisschen Schwierigkeiten hast oder noch hast, an die richtigen Kontakte zu kommen. Es macht ja auch wenig Sinn, das Produkt einer Zielgruppe vorzustellen, da viel Zeit zu investieren und am Ende stellt sich raus, das ist doch nicht so interessant für uns. Es ist also wichtig, dass die richtige Zielgruppe angesprochen wird, dass du also direkt mit den richtigen Leuten sprichst. Und, wenn wir vom Sprechen sprechen, ja, dass du mit denen natürlich auch in eine wirksame Kommunikation gehst. Und das Ganze eben basierend auf einem wirklich sehr guten Prozess, ja, der eben seine einzelnen Prozessschritte hat, die auch klar abgegrenzt sind, sodass du relativ effizient und effektiv arbeiten kannst, um neue Leads zu Kunden zu konvertieren, die du vorher nicht kanntest und die dich vorher auch nicht kannten. Das ist sicher eine große und auch schwere Aufgabe, aber sie ist zu meistern. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du mich gerne anrufen, mich anschreiben, wie auch immer. Bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut. Ciao. Das ist wiedersh chicos, was mir w общемerde. Unsere Leute wie auch immer. tenemos einen Top 10-Ton rất was. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist lizardisch.